Was man mit unterschiedlichen Baustoffen alles machen kann, hat Jamur schon immer fasziniert. Deswegen ist sie heute eine Baustoffheldin. Ich bin ein Bürokaufer im Baustoffhandel. Ich arbeite in der Logistikabteilung. Da buche ich zum Beispiel die Waren, die was reinkommen, die ich zubuchen und ausbuchen, wenn was beschädigt ist zum Beispiel. Da müssen wir noch Lagerkorrekturen machen, Inventuren müssen wir noch machen. Wenn man mit der Lehre beginnt, kriegt man eine sehr große Bandbreite von der Ausbildung her. Man weiß, von was man spricht. Von der Lehre bis zum Chef ist zwar ein langer Weg, aber es macht absolut Spaß und man lernt täglich was dazu. Der Baustoffhandel bietet vielschichtige Berufe. Das beginnt beim Einzelhandelskaufmann, Großhandelskaufmann, Bürokaufmann bis hin zum Lagerlogistikkaufmann oder Frau natürlich heute, bis hin zum E-Commerce-Kaufmann und viele, viele andere Berufe, die man im Baustoffhandel lernen kann. Mit meiner Ausbildung habe ich die besten Voraussetzungen, eine Karriere im Betrieb zu machen, mich weiterzubilden und die verschiedenen Abteilungen anzuschauen. Wir Baustoffhelden haben es echt drauf. Mach was aus dir.